Ja, einladen. Einladen und ab ins Studio. Sagen wir mal, ist das heute diesmal besonders schwer, Tobi? Oh, jetzt ist es aus. Oh, das ist jetzt Sauerländer. Ich suche nach der Wegbeschreibung. Ziel, Fattoria Musiker Todstudio. Gucken wir mal, was da drinnen jetzt mal los ist. Und hier vorne ist schon das Logo drauf. Auch das zeige ich lieber noch nicht. Da drüben ist der Rolf. Einspielen oder was? Ja, der muss einfach gespielt werden. So, ich will mal rüber zum Enter gehen. Moin, what's going on? Ich wollte mal gucken, ob hier alles gut ist. Moin. Ja, morgen. Ja, was denn? Das ist auch so. Ja, okay. Und das coole ist, dass wir jetzt sozusagen ein Studio Tagebuch machen hier mit der GoPro. Und dass wir ständig irgendwie sozusagen Updates bringen täglich. Irgendwie mit kleinen Berichten aus dem Studio, wie es vorangeht und so weiter. Werden wir euch sozusagen. Guckt rein. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, das ist toll. Ja, wunderbar. ja, Super. Ja, Herzlich willkommen! Wir sprechen von der palavophyllen. Und wir sprechen von der Bibel. Und in der Bibel mit dem Freund. Ja, Herr Adgar. Und wir werden uns einen ZD. Und wir gehen nach Sururien und den ganzen Wunder. Und mit der Welt im ZD. Wir gehen nach with the ZD. Und mit dem ZD. Und den Welt üben. Und wir werden uns sehr gut sehen. Seben Sie uns auf Instagram und Facebook. Und bei Edgha, Otoobie und Rolf.